Ja, es gibt noch. Kannst du mich sehen? Ja, kann ich sehen, Kommandante. Ja, kann ich sehen? Oh, das ist gut so. Das ist Eduardo. Oh, Tirk, sehr gut, guten Tag. Was ein Glück, mit Ihnen zu sprechen. Guten Tag, Eduardo. Tirk, wie ist es? Sehr gut. Sehr gut, Punkt. Oh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Okay, komm. Komm nach Berlin. Eduardo, du musst sagen, dass du dich reinkommst. Ja, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen zu anderen. Macht nichts. So, komm mal. Ja, wir gehen mal nach Hause. Alles klar, Kommandante. Ich muss mich um die Tajin kümmern. Edo. Okay. Ciao. 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 Ciao.